Der SKN Sankt Pölten ist ein österreichischer Fußballverein aus Sankt Pölten, der in der Saison 2016 17. in der Bundesliga der höchsten österreichischen Spielklasse spielt. Geschichte Der Sportclub Niederösterreich Sankt Pölten wurde nach Auflösung seines inoffiziellen Vorgängers des FCN Sankt Pölten und dessen Vorgänger, der VSC Sankt Pölten, im Juni 2000 gegründet. Der neue Verein übernahm vom FCN die gesamte Infrastruktur, das Stadion und auch die Patronanz über das Bundesnachwuchszentrum. Durch die Übernahme des BNZ Sankt Pölten wurde der SKN nicht wie für einen neu gegründeten Verein üblich in der letzten Spielklasse eingeordnet, sondern durfte in der 2. Landesliga West der 5. Spielstufe beginnen. Bereits in ihrer ersten Spielsaison schaffte die Mannschaft auf Anhieb den Meistertitel in der 2. Landesliga und damit den Aufstieg in die 4. Leistungsstufe. In der 1. Landesliga kürte sich der Verein in der Folge Saison 2001-02 mit dem nächsten Titelgewinn zum Landesmeister und schaffte damit den Durchmarsch in die Regionalliga Ost. Im selben Spieljahr kam der SKN auch in das Finale des Niederösterreichischen Landeskaps, musste sich dort aber gegen den SCT Resienfeld geschlagen geben. In der Regionalliga erreichte Sankt Pölten in der Premieren-Saison 2002-03 nur den 10. Tabellenplatz, steigerte sich aber im darauffolgenden Jahr auf den 4. Endrang. In der Saison 2004-05 belegte der Verein den 6. Rang und kam im WFB-Pokal über SV Wögel, Schwarz-Weiß Bregenz und Austria Salzburg sensationell in das Viertelfinale. Beim Überraschungssieg am Voigtplatz über den Bundesligisten aus Salzburg taten sich dabei vor allem Helmut Brenner mit 3 und Christoph Knaller mit zwei Toren hervor. Im Viertelfinale hatte Sankt Pölten am 27. April 2005 gegen Austria Wien keine Chance und schied mit einer 0 zu 6 Niederlage aus dem Bewerb aus. Im Spieljahr 2005-06 kämpften die Niederösterreicher bis zuletzt um den Aufstieg in die 1. Liga mit, hatten aber am Saisonende um einen Punkt das Nachsehen gegenüber dem SCESV Pahndorf 1919. Das erklärte Ziel in der Saison 2006-07 war der Aufstieg in die 1. Liga. Nach schwachen Leistungen im Herbst 2006 und einigen vereinsinternen Streitereien im Zuge deren der sportliche Leiter Markus Kernahl entlassen wurde, wurde aber dieses Ziel fallen gelassen. In der Winterpause 2006-2007 kehrten etliche Stammspieler dem Verein den Rücken. Der Geschäftsführer Raphael Lantaler trat nach Auffassungsunterschieden mit Anton Pfeffer per Ende November 2006 zurück. Wenige Tage vor Trainingsbeginn und nach acht Wochen Urlaub trat auch der Trainer Walter Hörmann zurück, um Sportkoordinator von Sturm Graz zu werden. Neuer Trainer wurde Martin Scherb, der Arbeitskollege von Aufsichtsratsmitglied Anton Pfeffer. In der Frühjahrssaison war der SKN mit einem stark verjüngten Team überraschenderweise hinter Meister Schwador für die zweiterfolgreichste Mannschaft. Bemerkenswert war das Skandalspiel gegen den angehenden Meister. Wobei drei SKN-Spieler nach dem überaus umstrittenen Führungstreffer für Schwador kurz vor Spielende ausgeschlossen wurden. Es handelte sich dabei um die einzigen gelb-roten bzw. Ende Juni 2007 legte Obmann Christian Walter völlig überraschend sein Amt zurück und der Aufsichtsratsvorsitzende und ehemalige Obmann Sepp Hintermeier übernahm dessen Amt. Offiziell geschah dies aus beruflichen Gründen. Es halten sich jedoch Gerüchte, dass dieser Obmann Wechsel vom Landenöe gewünscht bzw. erzwungen wurde. Denn nur wenige Tage nach dem Wechsel bekannte sich Landesrätin Petra Bohuslav klar zum SKN Sankt. Das Ziel für die Saison 2007-2008 war ursprünglich ein Platz unter den ersten fünf. Da sich das Erreichen des Meistertitels aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen laut Vereinsführung vor der Saison als unrealistisch darstellte. Und zudem einige andere Mannschaften, wie beispielsweise Wiener oder Wiener Sportklub ein Vielfaches an Budget zur Verfügung hatten. Über die gesamte Herbstsaison 2007 wurden jedoch sehr gute Leistungen erbracht und hervorragende Ergebnisse erzielt, was dazu führte, dass man einige Runden lang sogar die Tabellenführung der Regionalliga Ostinne hatte. Letzten Endes schaffte Sankt Pölten im Zeitraum vom 27. April 2007 bis zum 9. November 2007 eine Serie von 24 ungeschlagenen Spielen in Meisterschaft und Amateurcup. Aufgrund der Niederlage im letzten Spiel der Herbstsaison ging der Herbstmeistertitel an den Hauptkonkurrenten FAC-Team für Wien und man musste die Frühjahrssaison mit zwei Punkten Rückstand in Angriff nehmen. Die guten Leistungen der Herbstsaison konnten auch in den Frühjahrsspielen 2008 bestätigt werden und so fixierte Sankt Pölten zwei Runden vor Ende der Meisterschaft den Meistertitel in der Regionalliga Ost und somit auch den Aufstieg in die erste Liga. Dies stellt den bislang größten Erfolg in der Vereinsgeschichte dar. In der ersten Liga konnte sich der SKN Sankt Pölten sofort etablieren und ließ durch gute Ergebnisse aufhorchen. Der größten Erfolg war zweifellos der 1-0-Auswärtssieg am 31. Oktober 2008 beim Bundesliga-Absteiger FC Wacker Innsbruck mit dem Sankt Pölten überdies zwei Runden lang an der Tabellenspitze lag. Am Ende der Herbstmeisterschaft konnte der Aufsteiger den ausgezeichneten dritten Platz erreichen. Auch im Frühjahrsdurchgang konnte die junge Mannschaft mehrmals überzeugen und so wurde die erste Saison in der ersten Liga mit 13 Siegen, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 51 zu 46 auf dem für einen Aufsteiger ausgezeichneten fünften Platz beendet werden. Der SKN Sankt Pölten war damit der bei weitem Beste der drei Aufsteiger aus den Regionalligen. In der Saison 2019 wurde der eingeschlagene Weg mit jungen Spielern aus der Region fortgeführt. Es wurden vor der Saison neun Spieler der Nachwuchsakademie in den Kader der Kampfmannschaft übernommen. Sportlich konnte sich die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison steigern und belegte am Ende mit 51 Punkten sowie einem Torverhältnis von 44 zu 42 den vierten Platz der ersten Liga. Außerdem wurden im Herbst 2009 die Pläne für das neue Stadion in Sankt Pölten-Ratzersdorf präsentiert sowie im Frühjahr 2010 ein neuer Vorstand gewählt. Nach dem Baubeginn für die NV Arena im März 2011 dauerte es nur etwa ein Jahr bis diese fertig war. Am 7. Juli 2012 wurde sie dann mit einem Blitzturnier zwischen dem SKN Rapid Wien und Sparta Prag eröffnet. Am 1. September 2013 wurde vom SKN Sankt Pölten die Beurlaubung von Trainer Martin Scherb bekannt gegeben. Unter Trainer Scherb, der sein Amt am 7. Jänner 2007 antrat, gelang 2008 der Meistertitel in der Regionalliga Ost und damit der Aufstieg in die Erste Liga. Nachdem Thomas Nentwig zu seinem engterimistischen Nachfolger bestellt wurde, erfolgte am 5. September 2013 die Verpflichtung von Gerald Baumgartner, der in der Saison 2012 Dreizehntel mit der FC Pasching den ÖFB Cup gewonnen hatte. Unter Gerald Baumgartner konnte der SKN Sankt Pölten im ÖFB Cup bis ins Finale vordringen, dass man gegen FC Red Bull Salzburg mit 2 zu 4 verlor. In der ersten Liga belegte SKN Sankt Pölten mit 53 Punkten den vierten Platz. Durch die starken Leistungen im Cup gelangte vor allem Trainer Baumgartner in den Fokus von Vereinen aus der Bundesliga. Ende Mai wurde sein Wechsel zu Austria Wien verkündet. Als Ersatz wurde der bisherige Trainer von Austria Wien Herbert Gaga am 4. Juni 2014 vorgestellt. Als Cup-Finalist waren die Niederösterreicher für die zweite Qualifikationsrunde der Europa League qualifiziert. Wo der österreichische Zweitligist auf den bulgarischen Vertreter Botev Plovdiv traf den vierten der bulgarischen Meisterschaft 2013 Vierzehntel. Die Sankt Pöltener setzten sich mit einem Gesamtscore von 3 zu 2 durch und schafften als erster österreichischer Zweitligist den Aufstieg in die nächste Europa Cup-Runde, in der die Niederösterreicher gegen den niederländischen Werksverein PSV Eindhoven Meisterschaftsvierter 2013 Vierzehntel spielten. Das Spiel in Eindhoven ging 1 zu 0 verloren. Das Rückspiel in der NV-Arena endete mit einem 3 zu 2 Sieg der Gäste. Der SKN schied mit einem Gesamtscore von 2 zu 4 aus. Im Februar 2016 wurde in Matterburg mit einem 2 zu 1 Erfolg der Aufstieg in das Semifinale des ÖFB-Pokal 2015-16 fixiert. Das Halbfinale wurde in Mötling gegen Admira Wacker mit 1 zu 2 verloren. Titel und Erfolge 1x-Meister der ersten Liga und Aufstieg in die Bundesliga 1x-Meister Regionalliga Ost 1x-Meister Landesliga Niederösterreich 1x-Meister Zweite Landesliga West 1x-Finalist im niederösterreichischen Landespokal 1x-Viertelfinalist im EFB-Pokal Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League 2014 15 Vereinsvorstand Der 2010 gewählte Obmann ist der als leitender Angestellter tätige, studierte Betriebswirt Gottfried Röstel. Sein Arbeitgeber war lange Zeit die Raiffeisen, 2008 wechselte er zur Hypo Niederösterreich. Zum Vorstand gehören Walters Roland Habenberger, Harald Sterle, Christian Walter und Mario Bürger. Kampfmannschaft Stand 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 16. März 2016 Galerie Punkt Punkt SKN St. Pölten 2 Die zweite Mannschaft des SKN St. Pölten spielt aktuell in der 1. NÖ Landesliga. 2007 08 wurde man Meister, sie erste Klasse Westmitte. In der Saison 2008 09 gelang durch den Meistertitel in der 2. Landesliga West der Aufstieg in die aktuelle vierte Spielklasse. In der Saison 2013 14. sicherte sie sich den Landesmeistertitel und stieg dadurch in die Regionalliga Ost, die dritthöchste Leistungsstufe, auf. In der zweiten Mannschaft kommen neben Kaderspieler der Kampfmannschaft Spieler der Fußballakademie St. Pölten zum Einsatz. Seit 2013 ist Jochen Fallmann Spielertrainer. Spielstätte der Amateure ist der Volkplatz. Spieler, Trainer und Funktionäre Spieler, Trainer und Funktionäre sind in der Kategorie Person zu finden. Sponsoren Unter der Sponsorenschaft des Einrichtungshauses Leiner trat der Verein bis 2005 unter dem Namen SKN Leiner St. Pölten in Erscheinung. Mit dem Einstieg der STF 24 Personalmanagement GmbH änderte sich der Vereinsname 2006 auf SKN STF 24 St. Pölten. In der Saison 2008 09. und 2019 trat der Verein unter dem Namen Sportclub Niederösterreichische Versicherung St. Pölten auf. Seit der Saison 2010 11. ist der ursprüngliche Name Sportclub Niederösterreich St. Pölten wieder in Verwendung. Budget Das Budget des SKN für die Saison 2011 12. belief sich auf 2,06 Millionen Euro, der Gewinn auf etwa 22.000 Euro, womit man im hinteren Mittelfeld der ersten Liga lag. Für das Personal gab man nach Angaben des GSV mit 1,6 Millionen Euro vergleichsweise viel Geld aus. Die Zahlen der Vereine sind jedoch schwer zu vergleichen, da oft unterschiedliche Daten angegeben werden. Für die Saison 2012 13. hatte man ein Budget von 3,3 Millionen Euro. Das Lizenzbudget der Saison 2013 14. gab der Verein mit 3,5 Millionen Euro an. Fanclub Fanclub des SKN St. Pölten ist die Wolf-Brigade, gegründet 2004 setzt sie sich für bestmöglichen Support in St. Pölten und gegen Rassismus ein.